Hallo zusammen, mein Name ist Franz Fischer, ich bin 55 Jahre alt und trainiere seit ca. 15 Jahren Jugendmannschaften in allen Alters- und Leistungsklassen. Diesen Winter war ich auf der Suche nach einer Fortbildung und bin durch Zufall auf die Fußballagentur aufmerksam geworden. Nach einem kurzen Einführungsgespräch mit dem Daniel wurde mir schnell bewusst, dass genau dieser Lehrgang für mich das Richtige ist. Ich bin gut aufgenommen worden, stets nett und super freundlich behandelt worden und konnte mir so manchen Winterabenden mit den gezeigten Videos sehr viel Wissen aneignen. Im Nachhinein bin ich zu 100% davon überzeugt, dass ich in Zukunft meine Mannschaft besser führen und viel weiter bringen kann, als mir das im Vorfeld jemals möglich gewesen wäre. Meine Sicht auf den Fußball und das System im Allgemeinen wurde komplett umgekrempelt und hat sich um 180 Grad verbessert. In diesem Sinne kann ich nur jedem empfehlen, den Lehrgang mitzunehmen, denn was Besseres kann ich mir im Moment nicht vorstellen. In diesem Sinne wünsche ich allen Teilnehmern viel Erfolg und dem Daniel und dem Marc in Zukunft alles Gute.